Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist Kuya. Ja, an der ist schon ein Gegner reingerannt. Natürlich. Ist ja so lahm. Die machen die aber 70 Damage. Ja. Guck mich doch nicht. Doch nicht. Falls ihr hier gerade im Hintergrund was knallen hört. Heute ist Silvester und ihr wisst es gibt ja immer schon einige Leute. Die lassen es schon vorher krachen, sag ich mal. Und ja, also solltet ihr da was hören. Finde ich wir. Genau. Deswegen gab es doch gerade ein Könnerring nochmal oben drauf. Weil wir es können. Äh, seit dann? Das weiß ich nicht. Tschüss. Ja. 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 Und was geht? Ich meine Frau braucht... Braucht die denn schon den einen da hinten? Zu lang. Wenn die Brücke es manchmal aufläuft. Naja. Ja. Ja. Der ist eine Rage. Ja, das ist normal. Ja. Das kann mir jetzt nicht aussehen. Ja, du fällst dir halt jetzt raus. Oh, Meteorischen kann ich treten. Genau, ja, färmlich. Da waren zwei Soldaten, die haben mein Elementar besiegt. Ja, der eine von zu gut. Ja, ich bin schon dran. Was? Komisch, mit ner Feuerhand mach ich aber Schaden, mit dem Feuerpfeil nicht. Das ist eigentlich ein Wetter-Effekt, aber jetzt ist ein Becher. Ja, aber ein magischer, das wird von der Magieresistenz ja auch abgezogen. Sicher? Ja. Und der Segen lässt nach Achmo. So, Gift Elementar. Komm zurück. Hey, man bedenkt es. Jetzt bin ich bald. Dippe und neid. Nee. Ist das lustig? Ist das lustig? Ich mach den Schutz jetzt mal hier in die Schnellleiste. Oder auch nicht. Meinst du, es gibt schon Jubiläumen? Ich glaube nicht. Es gab, glaube ich, sogar schon kein 10-jähriges. Echt? Mhm. Langbar. Ich hätte kein Problem mit dem Feuerpfeil. Das hätte... Das hätte... Vielleicht die anderen kein Problem gehabt. Man muss jemanden finden, der das auch macht. Es gibt genügend Bilder. Es sind nicht immer alles die Leute. Und du? Und du? Ja, ich hab dich dazu manipuliert, hier das Let's Play-Date zu machen. Hast du doch. Du bist tot. So, wie? Du hast mich angeflägt. Auf jeden Fall hab ich dich angeflägt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist das? Ich habe mich nicht mehr. Wie du vor mir standst, bitte, bitte, mach mir die Beziehung zu uns. Ich hätte dir ans Gesicht geschlagen, hätte ich gedacht, mach das und es gibt weitere Schläge. Nein, Spaß. So einer bist du nicht. Nur einer bin ich nicht. Das klingt realistisch. Naja, so realistisch wie der Gegner jetzt hier auch down ist. Nee. Oh? Händler? Nee, erst mal Soldatenschnitz im Vorhändler und dann werden Rollen gekauft. Die du dir aber kaufst, weil ich habe ja meine Wiederbelebniszahlen. Dann gib mir mein Geld, dann gib mir mein Geld, dann gib mir mein Geld. Du hast glaube ich mehr Geld als ich. Wieso? Wie viel hast du? 83.000. Ich habe 35.000. Und du? Hast du mehr? Weil ich das Geld selber benutze. Wieso? Rollen. Andere Rollen außer Wiederbeleben. Wieso? Und wie viel Geld wird die Rollen wieder im Leben ausgeben? Nicht dein ganzes. Wieso? Es ist gut, dass wir wieder 100 haben. Du musst dahin haben. Alle 9.000? Nööö. Es sind gleich 10.000 oder so. Ich glaube mal kurz 12. Nein, nur meins. Natürlich. Ich bin es. Und dann ist die Weih auch auf dich. Ich, ich bleib schon noch. Ich bleib nicht auf 912. Ne, das ist Elementar. Das ist Elementar. Ich habe hier. Ja, jetzt nicht mehr. Aber das Gift deckt trotzdem. Naja, die Schande ja nicht. 50 Schaden ins Gesicht. Und Feuerhand, die nicht trifft. Ich würde ja fast sagen, ich gehe schon mal vor. Ich glaube, ich schaffe den nicht. Bitte? Ja, das haben wir ihn geschafft. Und wir machen mal eine Herausforderung. Nein. Nicht die 3? Doch, die 3. Ich höre halt die Händler. Die laufen vom Gift Element her weg. Ja, die laufen einfach so weiter. Okay, wir müssen Händler. Ich glaube, wir müssen die Händler einfach anklicken. Aber der hat nichts Neues. Aber ist hier Rolle... Ja, Rolle Verfluchen. Kollege? So, das waren die Rollen Verfluchen. Kollege? Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber es ist immer nur sie. Oh. Ja, der wegen der Händler. Ähm, wann weiß ich denn, dass ich 100 Stück von den Dingern habe? Kaufe einfach, dass du noch so 60.000 hast. Okay. Gibt's Reinigung hier? Ja, es gibt Reinigung! Was hast du wirklich nicht? Entfernt, äh, Heber. So. Nein. Jetzt sind wir auch ein bisschen gereinigt. Haben wir überhaupt irgendeine Gute-Gut-Milch? Äh... Das ist noch die Geb. Ich hoffe. Ich meinte eigentlich noch nicht. Bei der Hintergrund. Ja. Gibt's Elemente hat ein Problem. Puh, ich habe ein paar Gegner gefunden. Erstmal Rolle Verfluchen anlassen. Ja. Ja. Ich habe ein Problem. Das Problem steht direkt neben dir. Das geht jetzt nicht durch. Das wird sich ökens, aber als ich nicht mehr lebe. Wie ist denn die Schafe? Liebst du noch? Gerade so. Gut. Greif doch den an! Der steht direkt vor dir! Nein! Ey, komm, was ist das? Kommt das noch durch? Nein, es kommt nicht durch. Nein! Elixir ist stärker. Okay. Ach, übrigens, du hast einen kleinen Gast neben dir. Wohl. Es greift dich an. Wohl. Es tötet dich gerade. Wohl. Dann kannst du nicht mehr einkaufen. Wohl. Du bist ein kleiner Optimist. Du bist ein kleiner Optimist. Es hat 13.000 Erfahrungen gegeben. Jetzt muss ich es selbst töten. Weil du es nicht kannst. Ey! Warum hat das nicht gedacht? Ey! Du hast nur neidisch. Neidisch? Was ist der Flug schon wieder abgezogen oder was? Okay, heute ist es Zeit, stärkere Streitmacht zu rufen. Okay, das war doch nicht. Ey, der Samu ist ne stärkere Streitkraft. Ja. Könnte gerade ein Todesstreit sein. Aber er macht sogar echt gut Schaden. Hilf los! Hilf los! Schlipp! Nein! Fünf Leben! Der überliebt mit fünf Leben! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Egal, der Samu regelt schon. Ich ruck den halt schon. Ich ruck den Samu aber nicht. Ich ruck den Samu aber nicht. Ich ruck den doch, weil er neun zu Schaden bekommt. Ich ruck den Samu aber nicht. Aber ein Soldat juckt da einfach nicht! Der läuft einfach weiter. Schick mal mal den Samu. Vielleicht juckt's ihn doch. Ja, jetzt juckt's ihn. Und Schluss. Oh shit! Sag mir doch, wenn ich halt dann verrecken soll. Unschuld. Nein? Ja, doch! Nein! Ich komm zurück. Du hast nicht geblieben. Ja. Du darfst jetzt wieder weiter denken. Super. Ja. Okay. Ah! 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 Halt! Bleibchen! Das ging jetzt in die Hose. Du hast uns voll wieder gelebt. Oh, das stimmt. Hey, wir haben jetzt die ganze Zeit über nie Rollen gehabt und jetzt hast du die wieder. Da muss ich mich auch erst mal wieder dran gewinnen. Ja, 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 ja. Och! Nein, du brauchst mir nicht zu tun. Ich bin weich! Okay, wenn Samu wird, einer denkt man Feuerzauber. Ja, und? Ich hab den Zaubergrat, weil meine Mauer verrutscht, das auf den Gegner getrabt hat. Ja! Aber der Samu kriegt immer den Brandschaden. Super. Find ich auch. Die Gegner tanken, die Hits wie Sand am Heren. Der regt ja irgendwie nicht. Schwertring. Weck mich. Ich sag, der Samu macht uns. Nein. Macht er nicht. Der hat 200 Schaden immerhin noch reingetrifft. Bei dir? Bei mir. Klar. Und wir brauch ich eigentlich noch. Ah, ich hab über die Hälfte. Hier. Jetzt gern. Bauchst du jetzt? Nee, ich tu mal so. Dann tu mal besser so. In den hoaaann. Bei mir steht der Gegner da nicht mehr. Denn er 아니에요. Ich kann viel, was Meteor steht. Das ist der Gegner, aber wir schauen. Drei Jahre später, der Gegner hat immer noch hart. Ich denke, ich bin auch krach. Liegt er immer noch? Ja. Lange auf der Strecke liegt er noch. Bring ihn schneller an. Ich bin dabei. Tracing Polster Überrock. Irgendwann. Irgendwann. Ey, du bist doch heute gut drauf, oder? Nein. Ach, ja. Der gute alte Golem. Leute, schau dich nicht. Ich muss mich nicht in der Strecke arbeiten. Golem kommt. Ja, toll. Macht sogar 54 Schaden. Ja. Ich komme hier nicht durch. Und da kommst du auch nicht weg. Doch. Ey, der Golem kennt das aber, ne? Kriegt nur 24 Schaden. Ja. Einer der Gegner ist der Fuß. Einer der Gegner ist der Fuß. Er drüben ist der Fuß. Weißt du? Ja. Also ich komme hier nicht vorbei, ne? Was, wenn im Sitz Brust drin ist? Die Armbrust, die ich mal kurz anziehe. Die Leute, die sind passiert. Ja. Ich muss hier jetzt aber kurz einen Cut machen. Na toll. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder ist. Das war Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Du Dach. Bis gleich.